wieso fällt mir einer und ich weiß nicht wo ich habe ich keine idee wo der sein soll ich bin nicht gegangen und irgendwann zurücklaufen oder so effektiv halt der maul aber ich bin jetzt schon getätet das kann doch nicht wahr sein der spiel extra schweiß deswegen euch getätet das ging schnell hey fast vorbei tschüss ein spannender bad nach strengen training trifft den fädel auf den kopf da hast du recht zum ersten mal hier und hier fehlen uns 3 3 fwb ich habe mich dumm bin ich dumm bin ich dumm und das klingt bei ich überspringen es ist erst mal die figuren am untergrund die seien schweiß aus das kann ich weiß verdammt ich bin ausdruck auf ihren gesichtern wenn ich ihnen zeige wer der post ist boobies boobies ich weiß schon nicht wie ich es nicht mehr bei schon noch kein folgen die serie quist whisky boobies immer wenn ich mich was du ff aha genutzt oh mein gott that's a good place oh my god auf folgt magie und da geht's okay ich würde jetzt nur getroffen ich habe eigentlich erwartet dass von der feuerball getroffen wurde gewundert dass man das einfach kann jetzt hier kann ich die ganze springen müssen jetzt recht springen das hauswander sie ja ich bin gut I know how to play video games ich habe wirklich noch ein millimeter bewegt obwohl ich da unten gedrückt habe hier rein nein an warum hast du gestoppt du bist und schaust auf einmal wende bewusst auch nie nein zu knapp das muss man was sonst machen kann nein oder echt guten timings ich weiß was ist das machen nein 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 Fuck! Oh, ich schaffte, ich schaffte! Und ist so geschossen. Geht die Bomb! So, erstmal Kleiden voll, Maximum. Und dann noch den Kanonsprung voll, Maximum. Kanonjump! 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 Woooo! Yey! Was ist die Magie? Magie, Magie! Papi, Papi! Das ist irgendwie nee! Ich mache den Winkler. Echt! Ich mache den, Mann! Ich mache das. Ich mache das nicht, please. Ich mache das nicht! Ich mache das nicht, was ich nicht mache. Was kann ich denn da? Ich mache das nicht. Ich mache das nicht, was ich mache. Die habe ich doch mal wieder gelegt. oh mein gott wir haben jetzt ungefähr den flug flug falsch halten wir können theoretisch ziemlich weit kommen also wie lange wir in der luft bleiben können das ist das ist die jetzt wenn wir jetzt nicht überall hinkommen da ist ja okay es geht ein hund es geht manchmal nicht so als wir uns gehen und boden so ja ja Ups Nein! auch das haben wir ja da bist du hier Vielleicht merkt man so, wieviel ich noch fehlt Okay, schau, ich hab's übrigens zweimal getroffen Wir müssen das nicht Wenn ihr einfach unendlich lang fliegen könnt Ach, ich schon Ups Ups Hey, wir können wirklich mal entstärken Ah, das nicht Don't touch the bone challenge Scheiße, verkackt Nein Was ist jetzt gelaufen? Let's go Was ist jetzt gelaufen? Ich überspringe einfach Und hier ist nichts mehr Ich sollte frisch essen Und dann soll ich auch die ganze Zeit ohne Scheiße getroffen zu werden Und wir haben tatsächlich schon alles Und wie, wir haben nicht alles Hm Wie Ich war nicht spiel Look at my precious shams Und wie haben wir alles Und wie haben wir alles Oh, tessletown Danach mermaid falls Und danach Easiest level der welt Hrschlecker joke Hrschlecker Ich mag keine witzung Vad Ich hab's immer Es geht immer um sex als ob es keine witzel gibt es nicht über sex geht oh gott es war so knapp Neem 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 Dun 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 Ach, der blockt sogar vorgangere von oben. Obwohl ihr ihr Schwert nur noch zur Seite hält. Das ist so schön, wenn man einfach nur alles überspringen kann. Und schön alles einsam und... Ach, das gibt nicht schönes, was mir ein Herz erwärmen konnte. Außer Kindred. Jetzt noch Kindred und das leben wir perfekt. Aber leider habe ich nur die Kindred-Figur und die Kindred-Statue. Äh, die Statue. Boah, ein riesige Statuen. Kindred-Statue. Das wäre echt sweet. Ich wusste, dass man die wieder zu stören kann. Ich wusste es einfach. Hallo? Ding! Hallo? Fucking Auge. Rrrrrr. Ich hab's den Auge. Ja, Augen sind nervig. Da war nichts. Kommt so knapp. Da war nichts. Unkel auch nicht. Hier ist aber was. Yay. Und hier ist verfluchte Magie. Was denn sonst? Was denn sonst, meine Freunde? Kann ich verbessern den Greifhaken auf volle Stufe. Und dann noch das Munitions-Gut auf volle Stufe. And my storage app. Ach, gesundheit voll. Ich weiß nicht, wie viel es hier gibt, ob man wirklich alles auswechseln kann oder nicht. Es muss nämlich neuer sehen, weil ich habe das Spiel an uns durchgespielt. Also Whisky-Boobs. Ich werde mir auch den nächsten DLCs holen. Also Friends Till the End. Aber erstmal noch nicht. Whisky-Boobs wird natürlich wieder ein anderes Projekt kommen. War wahrscheinlich nur gegen den. Ach, gut aus. Ah. jeder ist auf jeden fall nichts ich hasse diese augen hoch und hoch mädel komm hoch ja fick dich ich hasse dich auch rauke ich hasse dich auch gu files 았어 6 4 6 4 es 5 und nom 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 so 1 2 3 4 1 2 3 um nicht weiter 1 2 3 4 1 2 3 4 da gibt es auch nichts 1 2 3 4 ouch ouch 1 2 gedutscht 3 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 5 5 6 6 6 7 7 8 5 6 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 5 10 10 11 10 11 11 14 14 15 15 den nennen 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 die musik ist geil ja deshalb höre ich die auch privat ja ich habe mich angelogen private ja das fällt doch voll dumm oh ja aber sofort musik eigene musik juli ach meins 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 da meine keime ich wollte gerade fragen wie ich hier rauskomme er ist rundwerk hallo ich will nicht lang 1 verfluchte magie da sie verfluchte magie singt wunderschön oh ja ich hab keine stimme nein habe ich nicht nein dann ttpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp ah meint verflucht der magie das ist alles hallo bitch ich war ein bb wagen es besteht aus bb kamenten dann ist das ist das funktioniert ja viel zu hoch die ja viel zu hoch die gucken ob wir hier auch alles haben ich habe einen scheiß wie immer alles das bedeutet im nächsten part kommt höchstwahrscheinlich die große finale wir haben zwei und zehn 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 7 und schön aus dem stück dann haben wir es geschafft wir sagen dass was mit dieser folge für uns der nächsten bis dann und schau bis dann bis dann bis dann